Hey, ich bin Paul aus dem Gruppiusbau und wir machen einen Jugendbeirat, damit du am Haus mitgestalten kannst. Wenn du darauf Lust hast und zwischen 15 und 19 Jahre alt bist, dann melde dich an. Und ich bin Miriam. Wenn du beim Jugendbeirat teilnehmen möchtest, beantworte einfach diese einfache Frage. Wie sieht das Museum der Zukunft für dich aus? Komm einfach am Freitag, den 6. März, ab 15 Uhr in den Gruppiusbau. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.